Willkommen zurück zur weiteren Folge Minecraft, hier ist der Folge 552 und ja, wir schwimmen erstmal rein. Jo, hallo, schön, dass du da bist. Da gehen gerade die ganzen Blätterchen kaputt und wir sind jetzt gerade dabei, bzw. sind wir nicht dabei, wir wollen jetzt hier mal uns was überlegen, wie wir das gestalten. Meine Idee war gewesen, wir bauen hier mit Falltüren quasi einmal nach oben, also hier kommt schon noch Erde hin und dann wird hier einfach so wild bisschen angepflanzt. Ich denke, das trifft es ganz gut, wenn wir es wild machen und nicht einheitlich, weil dann können wir nämlich hier auch Pflanzen hinmachen, können hier auch Melonen hinmachen, können auch ein bisschen zertrampeln, dass das doch, das geht. Das heißt, wir werden uns ein bisschen Erde besorgen, also erstmal Erde, wir müssen es sowieso noch kostet und so machen. Da brauchen wir auch eine Giste übrigens für. So, Erde, 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 Erde. Erde ist nicht beim Holz, aber wir brauchen auch ein bisschen Spruce Wood. Jo, das ist doch genug hier drin. Nehmen wir das mal bitte. Also siehst du, ich habe sogar einen, mache ich den noch voll und dann haben wir zwei Sticks. Jetzt zufällig mit. So, Erde, 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 Erde ist hier hinten, glaube ich, weil hier sind auch Steine. Ne, hier ist es in der Nähter, so. Ich werde es ja mal irgendwann lernen, in den nächsten 300 Folgen. Ich habe es zwar selbst gebaut, aber irgendwie ja auch nicht. So, Erde. So, wir nehmen mit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Sticks Erde nehmen wir mit. Ich denke mal, die reichen. Aber. Und dann fangen wir auch gerade hier vorne an. Also zuerst mal reichen die sechs Sticks. Also was gedacht war, ist halt hier so zu bauen. Klar, wir müssen noch gucken, wie wir das Ganze bewässern. Aber man kann ja auch einen großen Teil durch die Wand quasi bewässern. Das können wir ja auch, guck mal, da sind 63 Stück. Lustig. Das sind auch 63. Dann, wenn das 63 sind, haben wir ja irgendwas richtig gemacht. Dann hätten wir irgendwas richtig gemacht. 3, 2, 1, jo. Nein, ich wollte doch nur da hoch. Ich will jetzt aber keine Rakete verwenden, nur um da hochzukommen. So, was geht hier ab? Guck mal, der Zähler, der zählt fleißig. Fleißig. Fleißig, Serapthelen, so. Dann können wir hier schon mal richtig schön die Blöcke füllen. Das ist gut. Ups, schon wieder. Keine Blöcke mehr. Ah. Der gut ausleicht, müssen wir auch noch. Stimmt. Das fehlt ja auch. Da können wir jetzt auch noch irgendein Konzept überlegen. Aber das kommt ja erst später. Erstmal wird gepflanzt. Ne, ich glaube, die Erde reicht nicht. Hier müssen wir auch noch aussetzen, ersetzen, sag ich mal. Aber das kommt später bei den Details. Erstmal füllen wir hier auf. Dann haben wir das nämlich schon mal gemacht. Super, super, super. Genau, dann können wir hier einmal die ganze Blöcke setzen. Ui. Die Bohr ist ja schon nicht schlecht, so 203.000 Einhems dadurch gejagt zu haben durch die Hopper. Beziehungsweise sind ja nicht nur die unten, sondern ich freue das ja auch. Na, die Erde wird auf jeden Fall nicht reichen. Bei weitem nicht. Müssen wir ja beide überlegen, wo wir Erde abbauen. Dass wir da irgendwie ein bisschen noch was herkriegen. Naja, so ganz so schlimm wird es jetzt auch nicht sein. So, ganz schlimm wird das ja jetzt auch nicht sein. So, was haben wir denn? 32. Wird gerade so für die Hälfte nicht reichen. Ne. Setzen wir aber erstmal. Wird so für die Hälfte nicht reichen. Wo kommt die Kette her? Hm? 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 Na jo. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen, die Kette. Egal, jetzt kommt sie runter in System. Schwissen. Und Erde. Warte mal, schmeißen wir erstmal kurz sie hier rein. Und holen uns dann auf der anderen Seite Erde. Ja, und zwar genau hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nehmen wir mal mit. Wollen wir noch mal weg. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video? Dann lass doch einfach eine positive Bewertung da unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo. Das ist gar nicht schwer. Du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken. Und dann kannst du alle Videos von mir angucken. Du verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung. Und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. Da haben wir nicht mehr. Was haben wir denn? Nur noch ein Dreier. Jo, dann nehmen wir halt Dreier. Weezu. Ja, jetzt setzen wir nochmal die Plattform fertig. Die hier fertig. Und ich glaube, ich habe die irgendwie versetzt gebaut. Na ja, gut. Dann müssen wir halt die Treppe vielleicht etwas ändern. Weil hier sind nämlich zwei, komischerweise. Naja. Naja, hier sind schöne zwei Blöckchen. Ich glaube, hier sind wir eins weiter vorne wie auf der anderen Seite. So, bevor wir das Ganze fertig machen, fliegen wir nochmal hier rüber. Und gehen uns hier rein. Verstecken. Spursput weg. So, die zwei sind nämlich gut. Und, äh, die auch. Hier war nämlich auch jeweils, jeweils links drin. So, das bedeutet, wir hätten schon mal die Hälfte fertig. Ein bisschen mehr wie die Hälfte jetzt. Die zwei gelten zur Überprüfung genau. Und die zwei, die jetzt hier drin sind. Ne, beziehungsweise sind hier ja drei drin. So, wir brauchen die Blumen. Haben wir schon wieder im Inventar? Ne. Ne. Ich will. Dankeschön. So, die zwei setzen wir nochmal dahin. So. Und haben wir die Blumen wieder weggeschmissen? Ne, haben wir nicht. Die wollten wir jetzt nämlich nochmal verfüttern. Da gibt es nämlich nochmal ein paar Bienchen, ein paar kleine. Super. Das schickt. Das schickt. Und dann gehen wir. Schlafen soll jetzt feldleichen grüber von oben, vom Dach runter und macht's boom. Super. Doch nicht. Hier waren eben irgendwo noch schon Birnen. Hier, guck mal, es sind sogar zwei Stück. Nicht weglaufen. Wo, wo, wo? Was läufst du denn so schnell? So, und zwar haben wir jetzt zwei Stück hier. Nö, 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 du kannst mich mal. Nicht rausfliegen. Nicht rausfliegen, das ist nicht erlaubt. So, dann hier. Da sind drei rausgekommen. Genau. Hier sind auch drei rausgekommen. Hier, wir können das auch eigentlich hier, äh, da sind auch drei rausgekommen. Hier drin machen. Und jetzt müssen wir nur gucken. Hier ist noch nichts. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Guck mal, dann haben wir doch schon alle drin. Dann haben wir doch schon alle drin. Die Spinne nehme ich noch mit. So, jetzt haben wir natürlich unseres Flugs-Däffchens nicht. So, wir müssen auch hier hin. Da fliegt schon wieder eine Biene vereinzelt weg. Wahrscheinlich hat er den Weg nicht mehr zurückgefunden. Deshalb brauche ich das Bienehäuschen, da finden die nämlich irgendwann früher oder später den Weg zurück. So, das ist doch gut. Guck mal, hier so ein nicht vollendetes, irgendwas. Oh, sieht doch viel schöner aus auf dem Thumblade, wie hier kann man noch was hinsetzen, so. Wie, äh, wenn das komplett fertig vollendet wäre. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es gefällt, dann lasst du eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis der Nacht. Ciao, Leute.